Leute haben viel zu wenig drüber nachgedacht, dass die Wärme ja auch im Inneren entstehen kann, ne? In der Niere. Selbstgebranntes. Heizt von innen auf. Ich dachte, in Deutschland ist es verboten, Schnaps selber zu brennen. Na, wer redet denn von Schnaps? Das ist Desinfektionsmittel. Damit desinfizier ich mir die Kehle. Uh, das macht richtig warm. Super. Das Rezept ist von meinem Großvater Roland. Leider kürzlich verstorben. Ja, und Selbstgebrannten? Nein, das Haus ist explodiert.